Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Company of Heroes 2. Und zwar dieses Mal gegen die Briten auf schwer. Und es gibt keine bessere Stadt dafür als in Arnhem, der Kontrollpunkt. Wir spielen mit Siegmarken 500 Punkte. Klassischerweise ist hier dabei der Elite-Drop-Doktrin, der Jäger-Infadrie-Doktrin und der Kessel-Doktrin. Des Weiteren bleibt dabei schwere MG, 3% mehr Durchschlagskraft, MG42 höhere, 4% höhere Feuerrate und MG42 laden 10% schneller nach und wir starten. Klassischerweise ist hier dabei der Elite-Doktrin. Klassischerweise ist hier ein Kampf, bei dem Sie nichts gewinnen von Erwin Rommel. Und wir starten. Schnell, schnell. Wir bauen die Infanterie-Kompanie genau hier. Pioniere erwarten Befehle. Krab, 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 krab. Fertig, nehmen Ort ein. Sehr gut. Los, Granadiere. Ein MG42-Truck ist bereit zum Einsatz. Vorwärts. In den Kirchzurm. Ein neuer Grenadiertrupp ist da. Wir berichten Einnahme des Ziels. Was wollen Sie? Wir sind unterwegs. Auch hier rein. Wir haben die Fenster besitzen. Wir haben Feindkontakt. Pioniere hier. Sichern feindlichen Sektor. Gut. Wir haben diesen Sektor befreit. Marschieren zum Erobern. Marschieren, marschieren. Immer nur marschieren. Yes. Yes. Nicht der MG-Trupp einsatzbereit. Ein MG-Trupp erwartet Befehle. Dieses Gebäude. Wie können wir helfen? Nehmen Gebiet ein. Holen wir es uns. Eroberung ist geschlossen. Werden wir sicher genommen. Hier schwerer MG-Trupp. In Bewegung. Rücken vor. Pioniertruppe in Bewegung. Feindkont uns gesichtet. MG-Trupp. Das MG abtut. Wir müssen weiter. Wir verlieren einen Sektor. Wir sind bei Bewegung. Pioniere. Pioniere mit. Ziel eingenommen. Zum Ziel. MG unterst... Jawohl. Wir erobern. Sehr gut. Grenadiere. Es ist Zeit zu gehen. Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Das ist jetzt deutsches Gebiet. Zeit zu gehen. Das wird unser Territorium. Ja? Gut. Vorwärts. Du kommst hier rein. Mörser-Trupp. Du gehst hier in Stellung. Das wird unser Gebiet. Pioniere zu allem bereit. Wir nehmen das ein. Pioniere in Bewegung. Pioniere gehen zum Ziel. Pioniere in Bewegung. Wir sind bereit zum Einsatz. Pioniere in Bewegung. Gehen wir wieder. scharfschütze mitnehmen mit rein die kirche rein brandgeschosse laden noch mal so der ist wieder abgegeben fix was ist los ok pioniere hier manche dinge lassen sich die die So, ihr wollt's hier unten hochkommen. Okay. Das Hauptquartier wurde verbessert. Mittlere Panzer und Raketenartillerie sind jetzt verfügbar. Schön. Der Feind erobert unser Gebiet. Mmh. Mmh. Yes. Kommt gleich ne Puck. Bereit zum Einsatz. Ausrücken, Pioniere. Wir haben den Sektor gesichert. Genadiere, bereit. Los. Ein Kommandotrupp. Oh, super. Volle Panzerabwehrkandone eingetroffen. Okay. Bring' los. Verbrennen wir sie. Geniet. Bereit. Durch queren, feindliche Linien. auf die Karte. Nach dem Flachstück-Ampagentur. Ich bin ins Flachstück-Ampagentur. Es ist ein bisschen. Ok. Ich bin in die Meldung. Ich bin dann ein bisschen zu erinnern. Ich bin jetzt ein Blödsinn. Ich bin jetzt ein Magnet-Ampagentur. Ich bin jetzt ein bisschen plöde. Ich bin jetzt ein bisschen. Ich bin jetzt ein Müllwärter. Sie sind auf Widerstand gestoßen, Infiltrationsspezialisten sind nun einsatzbereit. Yes. Wenn wir hierbleiben, sterben wir! Unsere Widersacher haben noch 300 Punkte. Der Feind versucht uns, unseren Sektor zu entreißen. Bereit! Gehen wir, Pioniere! Kommt, bereit zur Bewegung! Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Sie sind bereit in Bewegung! Sie können nicht schieben! Sollten wir wohl, sind in Bewegung. Das ist ein Abschuss! Wer ist dafür, einen Bunker zu bauen? Marschieren! Marschieren! Immer nur marschieren! Jawohl! Immer nur marschieren! Verstanden! Trupp! Bereit zur Bewegung! Sichert diesen Sektor! Und achtet auf den Perimeter! Sichert diese Position! Panzer 4! Wer hat Lust, Karten zu spielen? Was für ein Idiot! Vorrückentropfen! Unsere G-43 Gewehre sind eingetroffen! Gut! Feindliche Einheiten, sichern unser Territorium! Der Sektor ist jetzt ein Feldlazarett! Pioniere zu allem bereit! Ruhemänner, wir erhalten neue Befehle! Plan Quadrat 778-604-1-Daube! Wie können wir helfen? Auf dem Weg! Was wollen Sie? Ja! Wirklich! Los! Bewegung! Der Bürgermeister war einer der besten Kunden, bis er seine Schulden bezahlen sollte! Zeit hier zu verschwinden! Hier schwerer MG-Trupp! MG-Trupp ist unterwegs! Der Feind erobert unser Gebiet! Wir sind nicht beschuldet! Der Panzer IV ist bereit für den Kampf! Der Panzer IV geahmelt! Der Panzer IV verbrust! Trupp! Bereit zu... Sichert diese Position! Sichert ihn! Das ist eine Granate! Wir bleiben hier nicht! Scheiße! Das tut weh! Oh, Feuer! Drücke vor! Der Panzer IV! Der Panzer IV! Der Panzer IV! Der Panzer IV! Halt über die Seele! Wir treffen auf Niederstaat! Wir werden ja Lateraten! Panzer 4 steht bereit! Wir werden vom Feind aufgeröscht! Panzer 4 steht bereit! Der Panzer muss hier weg, verdammt! Panzer 4 steht bereit! Wir kämpfen tapfer für unser Land! Der Feind hat nur 200 Sekunden! Panzer 4 steht bereit! Panzer 4 sind bewegt! Panzer 11 Alter 13 Opern Panzer 15 Panzer 14 Panzer 17 Panzer 15 Panzer 15 Panzer Block Panzer 14 Panzer 15 Panzer 15 NA Okay. So, hier rein. Lautsperrig und nützlich. Schönes Ding. Auch davor. Yes. Hier vor. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Sie haben uns anvisiert. Wechsel die Position. Wechsel die Position. Bleibt in Deckung und schießt zurück. Sichert diesen Punkt. Wie können wir helfen? Unser Trupp ist vollständig. Sichert diesen Sektor. Unterwegs zur Zielposition. Anzeig hier. Anzeig hier, fährt los. Anzeig hier, fährt los. Dieser Platz ist weg, verdammt. Vorrückentruppen, MG-Einheit bereit. Feindliche Einheiten, sichern unser Territorium. Ruhe, Männer. Wir erhalten... Marschieren, marschieren. Der Feind hat einen Keil in unsere Reihen getrieben. Nee, nee. Nee, nee. Können Sie in die Kämpfer ein und macht euch zum Ausfall zu beraten. Drägt sie zurück und sichert ihn bereit. Vertreibt sie und sichert die Position. Für elf ist noch Platz. Dann kommt ein Ostwind. Der Feind erobert unser Gebiet. Einsatz bereit. Gebiet eingenommen. Vorrücken. Setzen Gewehrgranaten ein. Bastarde schießen auf uns. Sie haben Befehle? Unterwegs. Ruhe, Männer. Wir erhalten noch... Wir geben uns zur Position. Erwarten Befehle. Jetzt muss man mit uns rechnen. Ja, unter Granate. Wir rücken im falschen Gewehr vor. Wir werden angetreffen. Schnauze. Frostwind kann eingesetzt werden. Erwarten Befehle. Frostwind wechselt Position. Die Schäden sind zu breit. Versucht nicht euer Werkzeug. Wir sind Reparaturen ervorderlich. Die Position wird gewechselt. Schnitzelreiserote wird berechnet. Zeichen auf Position. Wir bewegen uns in freundliche Sektor. Panzer 4 ist in der Hand. Ja. Rücken ab. Panzer 4 wird. Panzer 4 geht in neue Position. Der Feind, der Feind versucht uns, unseren Sektor zu entreißen. Eroberung abgeschlossen. Ein Spazierkabin in der Landwur ist ja schön, aber muss es ausgehen, den Segen nach vorne rein. Wir verlieren einen Sektor. Voller gehört Männer. Gute Arbeit, Schäuze. Feier, 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 Feier. Boah, das ist Marsh. Bauwärtsmarsch. Sieg! Wir beschreiben das Vaterland mit einem Sieg! Yes! Und was kommt denn schönes angeflogen? Was ist in der Kiste? Bäm! 500 Points! Match beenden! Das war mal richtig nice! Natürlich die wertvollste Einheit der MG Trupp 42! Der Attentäter bleibt beim Panzer IV der Überlebensspezialist auch! Und die Kerneinheit ist der MG 42 Trupp! 2256 war genauso zäh wie die Amerikaner, die US Forces! Und dann war es auch das hier mit Armheim und den Briten! Ich hoffe es hat euch gefallen und dann sage ich hiermit Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Servus! Servus! Untertitelung des ZDF, 2020